Der Schlüssel zum Erfolg dieses Weines liegt in einer sehr, sehr strengen Handgläse. Nur die allergesündesten Trauben kommen in Frage. Am Gaumen ist er komplex mit ausladender Fruchtigkeit und dunklen süßen Pflaumen und Brombeeraromen. Muskulös würzig mit üppigen Aromen streicht er über die Zunge und hat ein wunderbar langes Finale, das Appetit macht auf den nächsten Schluck. Einmal back, so richtig zum Genießen und Entspannen mit Freunden. Freuen Sie sich darauf.